Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was machen wir denn heute? Koffe spielen! Nein, ich bin nicht Kate. Ja, was ist zusammen Kate? Was ist denn dann? Nein, ich bin die kleine Cousine von Kate. Kate hat keine Cousine. Da bin ich ihre kleine Schwester. Ah, ist denn die Fisch gekommen? Gut. Ich glaub ich hab was an die Augen, das war kein Fisch. Bist du zwei, das Löffler ist selbst geliebt, ne? Wo? Wo? Da oben sind Gegner. Oh, der will ja auch nicht sein. Berg, genau. Berg, Nordwesten. Das sind zwei. Nächstes. Okay. Ach, die Seite. Ich würd sagen, wir ziehen ab. Nein, Papp. Ich hab keinen, das ist einfach. Ich hab's da nix mehr hochzuschießen. Komm, ihr kriegt den. Da ist ein mythischer Harropor für dich. Die gute Pappler. Ich hab jetzt was zum schießen. Jetzt haben sie nicht so viel Spaß. Oh, das ist reich. Dann kriegt er halt alle drei. Au! Alter, ich passt auch. Ich schwinge uns ein Wickel. Boah, da hält immer eine, das ist weiter geworden. Sind wir auf zwei? Einer hat die Herzhautsicht an. Gibt es nur noch zwei? 3,50, 3,50. Wahrscheinlich heilen die den. Ja, die heilen den. Aus einem Halse, aus einem bis nach. Ich schieße weiter. Ich schieße weiter. Ich schieße weiter. Ich schieße weiter. Das sind B3, wir müssen uns abziehen. 3? Ja, das sind B3. Das sind... 3, wir sind noch zwei, wir sind noch zwei. Soll ich die Krell nochmal erstatten? Oh, shit. Reicht nicht mehr. Reicht nicht. Ich glaube, das ist aus einer Zone. Es sind nur zwei, und eben ein anderes Team. Der Sniper? Er ist eines Weiß. Was? Aua. Wer sagt denn das nicht? Immer einzelne Schüsse. Warum sind das jetzt schon mit rein? Ja, halt die drei... Die dritten Schaden ohne Ende. Einer ist tot. Du? Ich bin tot. Nein! Nein! Ja! Du bist krass. Ich schreckt's. Ich schreckt's. Die haben wir ja auch nicht. Wir fachen. Wir fachen. Wir fachen. Ich habe die dritten Schaden. Wir fachen. Wir fachen. Nein. Wir fachen. Drei Stücken? Der hat den wieder. Nee, der hat den nicht. Nicht. Jetzt nur noch einer. Go! Nur noch einer, Mike. Go, Mike! Go, Mike! Go, Mike! Ahhhh. Hm. Der versteckt sie ganz unten oben. Der kann sie aber auch nicht teilen. Also ich höre es mal zumindest nicht, dass es sie gehört. Ich bin bisher auch zu hoch. Was? Bin ich bisher auch zu hoch, um es zu hören? Nee, auch nicht. Der kommt. Oh, der wagt es echt nicht zu töten. Also er wagt es echt, es nicht zu töten zu wollen, ne? Yeah! Cool! Geil! Achtung oben! Wollt ihr noch was sagen? Nein, nein. Nein, nein. Like, like und wenn du von deinem Baby abonnierst! Und damit, bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!